Ich weiß, das ist alles ziemlich verrückt. Es gibt so viele schlechte Menschen. Glaubst du, dass ich mit meinen Reisen bin? Das war eine Befestigung. Du machst das gleiche. Du meinst, wie viel Geld er diesem Mann schüttelt? Ja. Das weiß ich leider gar nicht. Ich schätze mal, das sind so gut wie 1.000 Euro. Du kannst du, was bist du? 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 Das war eine Befestigung. Untertitelung des ZDF, 2020